Welche ist eigentlich die größte Stadt in der EU? Bis 2020 war die eindeutige Antwort noch London. Innerhalb der offiziellen Stadtgrenzen, Greater London genannt, leben nämlich etwa 8,9 Millionen Menschen. Seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU ist mit circa 3,8 Millionen Menschen die größte Stadt der EU allerdings Berlin. Es gibt hier doch ein Aber. Die Bevölkerungszahlen von Städten allein anhand von Verwaltungsgrenzen zu vergleichen, ist nur bedingt aussagekräftig. Das sieht man an diesem Beispiel besonders gut. Dieses interessant geformte Gebilde, abgegrenzt durch die rote Linie, ist die Stadt Brüssel. Diese ist aber, wie man sieht, ein übergangsloser Teil der größeren Region Brüssel-Hauptstadt. Und diese Hauptstadtregion geht sogar in noch mehr Gemeinden über, sodass sich die noch größere Metropolregion Brüssel ergibt. Welche ist also die größte Metropolregion der EU? Laut Eurostat war auch hier mit circa 14,4 Millionen Menschen bis zum Brexit London auf Platz 1. Seitdem ist es aber Paris. Innerhalb der offiziellen Verwaltungsgrenzen der Stadt Paris, durch die rote Linie gekennzeichnet, leben mit 2,1 Millionen Menschen deutlich weniger als in Berlin. In der gesamten Metropolregion Paris leben laut Eurostat aber circa 12,4 Millionen Menschen.